Hallo zusammen, hier ist Pavel. Heute ist Freitag, es gibt ein neues Video und ich habe heute für euch etwas über Videodreh. Und zwar möchte ich euch ein Gimbal vorstellen, Zhiyun Cran. Ich habe euch schon einige Gimbals gezeigt, also einmal war das Vegutec für Smartphone, dann habe ich mit Osmo Mobile gearbeitet, auch für Smartphone. Und das ist jetzt ein Gerät, was nicht für Smartphone gedacht ist, sondern für richtige Kameras. Das ist wirklich ein schweres Teil, das habe ich jetzt von unseren Partnern in Hannover von EnjoyU Camera bekommen und ist schon richtig beeindruckend. Was kann man damit alles machen? Damit kann man wirklich sehr plane Bewegungen machen beim Videodreh. Und zwar, wenn wir mit einer Systemkamera arbeiten, wie zum Beispiel Sony Alpha 6000, 6300, 6500, Alpha 7S, Alpha 7R und so weiter. Und natürlich auch entsprechende Kameras, Spiegelreflexkameras von Canon, von Nikon. Wie gesagt, also man kann wirklich schwere Kameras auf diesem Gerät befestigen. Gut, ich werde jetzt kein Unboxing machen, aber ich möchte trotzdem zeigen, was im Lieferumfang ist, weil das Gerät kostet 750 Euro. Das ist nicht wenig, deshalb möchte man schon wissen, ob das wirklich eine coole Geschichte ist. Und auf jeden Fall, der erste Eindruck war für mich sehr gut. Das Gerät ist sehr gut verarbeitet, sehr wertig, wie ich das so gerne sage. Und wiegt eigentlich nicht ganz so viel. Ich dachte, es ist viel schwerer, weil hier gibt es noch so ein Batteriefach. Ja, also im Grunde sieht das Gerät so aus. Das ist ein wirklich großes Teil. Also, wie gesagt, das Gerät selbst ist im Lieferumfang. Dann haben wir auf jeden Fall zwei Sätze von Batterien. Das sind starke Akkus, die man wieder aufladen kann. So, schaut mal bitte. Das sind die Akkus mit 2000 mAh. Die kommen hier rein. Das Ganze wird jetzt hier draufgeschraubt. Und dann sind wir im Prinzip schon fertig. Ja. Im Umfang sind zwei Sätze von Batterien. Also zwei solche Kästchen. Und ein Satz von Batterien reicht laut Hersteller so für vier, fünf Stunden. Ich habe das noch nicht so lange ausprobiert. Ich habe ausprobiert vielleicht so eine Stunde oder anderthalb. Das hat auf jeden Fall gereicht. Und es hat alles wunderbar geklappt. Dann haben wir hier ein Ladegerät. Das ist dieses Teil hier. Wird einfach mit USB-Kabel an einem USB-Anschluss geladen oder an einem Adapter, zum Beispiel von iPhone oder von anderen Smartphones. Auf jeden Fall, USB ist kein Problem zum Aufladen. Und dann gibt es hier noch einen Satz Schrauben. Ich habe bis jetzt nur eine Schraube benutzt. Und ich möchte jetzt euch einfach mal zeigen, wie das Ganze abläuft, wenn ich die Kamera drauf montiere. Mein erster Gedanke war, es wird sehr kompliziert sein. Es wird kompliziert sein, das Ganze auszubalancieren. Ich habe erstmal die Bedienungsanleitung durchgelesen. Aber es ist auf jeden Fall nicht kompliziert. Das Gerät soll quasi so stehen. Man nimmt dann die Kamera. Und dann gibt es hier so drei Rillen. Und in einer von diesen Rillen kommt jetzt die Schraube, passend, was wir haben wollen. Also ich habe jetzt die kürzere Schraube genommen. So, drauf geschraubt. Gegen die Blende weg. Abdeckung weg. Und schaut mal, jetzt muss ich die Kamera ausbalancieren. Ausbalancieren bedeutet, ich habe hier mehrere Schrauben. Und wenn ich hier Balance gefunden habe, dann bedeutet das schon mal, dass die Kamera so ungefähr getragen werden kann. Ja. Wir können hier natürlich noch weiter balancieren. Aber wichtig ist, dass wir erstmal so einen Punkt finden, dass die Kamera horizontal und vertikal ausbalanciert ist. Also so soll sie gerade sein. Und so auch. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und das Ganze wird ganz gut klappen. Wie gesagt, das hat ziemlich schnell geklappt mit diesem ganzen Balance. Und ja, also ich war erleichtert, wo ich das gesehen habe, dass ich jetzt nicht zu viel rumfummeln muss, um das Ganze irgendwie in Gang zu kriegen. Ja. Auf jeden Fall hier nochmal drauf geschraubt. Hier ausbalanciert. Gut, jetzt ist es nicht ganz so. Aber das klappt auf jeden Fall ganz gut. Und am besten ist es so, man stellt das auf eine gerade Fläche und versucht das Ganze in Balance zu halten. Wir haben hier einmal eine Schraube. Das heißt, es ist hier verstellbar. Dann haben wir hier auch eine Schraube. Kann auch soweit verstellt werden. So. Einmal. Das ist schon mal in dieser Achse ausbalanciert. Und dann brauchen wir noch eine Schraube hier, um das Ganze komplett hundertprozentig auszubalancieren. So. Und schaut mal. Wenn ich jetzt das so stehen lasse. Ich hoffe, das Ding kippt mir jetzt nicht um. Ja. Schaut. So. Die Kamera steht da. Man kann sie drehen. Und so haben wir auf jeden Fall fast perfekten Balance. Also hier an dieser Achse muss ich noch ein bisschen arbeiten. Aber nicht schlimm. Warum? Weil, wenn wir jetzt Gimbal einschalten. Hier gibt es einen Knopf. Der muss mal draufdrücken, bis das Lämpchen permanent leuchtet. Und voila. Das heißt, wir haben jetzt Gimbal eingeschaltet. Und das sieht dann so aus. Wir können jetzt uns hier so bewegen. Oder wir können leicht drehen. Und wir haben absolut plane Bewegungen. Das ist eine Option. Die zweite Option ist so, wenn ich jetzt Doppelklick hier mache. Dann kann ich kippen. Das hat nicht ganz geklappt. Moment. Doppelklick. So. Ja. Ich kann kippen. Die Kamera bewegt sich auch nach oben, nach unten, seitlich. Aber das sind absolut sanfte Bewegungen. Wir können mit diesen Bewegungen sehr gut ein Objekt verfolgen. Oder eine Person, ein Tier und so weiter. Also wir können damit sehr gut arbeiten. So. Und dann gibt es dreimal Klick. Tada. Für Selfies. Ja. Das heißt, ich kann jetzt selbst hier in die Richtung drehen. Oder ich kann die Kamera umkippen. Und dann quasi von unten filmen. So wie ihr das jetzt gerade sieht auf dem Video. Ja. Auf jeden Fall bestehen diese drei Möglichkeiten. Und dann einmal drauf gedrückt. Das heißt, Gimbal ist jetzt im Prinzip ausgeschaltet. Können wir jetzt wieder frei bewegen. Also ausgeschaltet ist es nicht. Es blinkt. Ja. Aber es ist nicht aktiv. Und wenn ich jetzt einmal ungefähr eine Sekunde drauf drücke, dann passiert Folgendes. Die Kamera kommt in die Ausgangsposition. Und das ist wirklich ganz cool. Schaut mal. So sieht das aus. Ja. Kann so bewegen. So bewegen. Wir haben auf jeden Fall alles sehr gut gedämpft. Mein Eindruck von dem Gerät. Also das ist wirklich sehr solide gebaut. Klar. Also für das Geld erwartet man schon eine entsprechende Qualität. Es ist schwer. Jetzt mit der Kamera zusammen. Gut. Das ist jetzt Alpha 6000. Ne 6300. Entschuldigung. Mit 60 bis 70 Millimeter. Vierer Objektiv. Ich arbeite hier überwiegend mit kurzen Brennweiten. Weil längere Brennweiten. Das wird dann alles sehr kompliziert beim Filmen. Aber kurze Brennweite. 16 Millimeter. Alles fantastisch. Und damit können wir schon mal ganz gut leben. Ja. Und ansonsten. Wenn man einen Spiegelreflex nimmt mit etwas schwererem Objektiv, kommt das Gerät langsam an eigene Grenzen. Das habe ich noch nicht ausgetestet. Aber wenn wir zum Beispiel ein Teller nehmen, dann wird das nichts daraus. Auf jeden Fall Systemkamera mit kurzer Brennweite. Mit Standard-Sum oder mit Weitwinkel. Oder wir können auch eine Bridge-Kamera nehmen. Oder einen Spiegelreflex mit kurzer Brennweite. Dann funktioniert alles wunderbar. Und das ist noch nicht alles. Das Gerät kann man auch durch eine App steuern. Um das Gerät mit Smartphone zu steuern, muss man erstmal eine App runterladen aus dem App Store. Entweder für iPhone oder für Android-Gerät. Und dann können wir Folgendes machen. Ich werde jetzt erstmal das Gerät auf dem Stativ befestigen. Sodass ich das euch bequem zeigen kann. Das Magnesit-Copter. Koffer stelle ich erstmal zur Seite. So. Steht so wunderbar da. Und die App, die habe ich schon runtergeladen. Dann werde ich jetzt starten. Und wenn ich die App gestartet habe, muss ich erstmal connecten. Habe ich connected? So. Cren5DE. Das Schöne ist, wir haben hier gleich die Batterieanzeige, wie viel Batterie wir haben. Trotz dass ich schon damit gearbeitet habe, habe ich immer noch 100 Prozent. Und hier kann man natürlich auch die ganze Kalibration machen. Also man kann das Gerät kalibrieren. Man kann die Settings machen. Vertikalachse, Pitch-Axis und so weiter. Roll-Axis. Also da kann man einiges kalibrieren. Ich habe das nicht gemacht, weil das Gerät ist vom Werk aus schon kalibriert. Und falls irgendwas nachlässt, kann man das hier steuern. Was ich absolut cool finde, das ist Control. Und wenn ich jetzt auf Look klicke, schaut was passiert. Tada. Die Kamera kann man nach unten kippen, nach oben kippen. Ja, es macht Spaß. Oder man kann die Kamera drehen. So kann ich jetzt nicht nur Videos machen, sondern auch Panoramafotos. Deshalb ist das auch für die Fotografen interessant. Das ist im Prinzip so ein Nodal-Stativ. Gut, für viel Geld, ja. Aber auf jeden Fall coole Geschichte. Und man kann das so machen. oder man dreht das auch schneller. Die Geschwindigkeit kann man übrigens einstellen, wie schnell das Gerät sich drehen soll. Auf jeden Fall, ich bin schwer beeindruckt, wie das Ganze jetzt funktioniert, ja. Also diese App-Steuerung finde ich super klasse. Und ja, macht einfach Spaß. Also man kann zum Beispiel die Kamera jetzt auf dem Stativ im Raum irgendwo aufstellen und dann sagen, okay, ich drehe jetzt hier so eine kleine Aufnahme, wo die Kamera sich dreht. Praktisch rundum. Videoaufnahme oder Panorama. Ja, ganz cool. Oder man kann sagen, okay, also wir nutzen das jetzt für ganz minimale Kamerabewegungen. So, ja, so dass wir quasi wie ein Slider-Gimbal benutzen. Ja, jetzt habe ich mit dem Gerät einige Aufnahmen gemacht. Unterwegs in der Stadt. Jetzt, wie gesagt, Film ab. Schaut euch bitte diese Videoaufnahmen an. Daumenate, wie gesagt, Film ab. Ich bin sicher, da unten immer noch nicht zu viele Forum rein. Wenn mal einander sein kann oder nicht mehr Eureuf机 rauskommt, dann keine großer Zeitung, Da unten. Da unten. So, jetzt habt ihr es gesehen, also ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und wie gesagt, also ich habe es jetzt ausprobiert, es hat mir gefallen und wer mit Videos sich beschäftigt, kann so ein Teil sich vielleicht zulegen. Im Vergleich zu anderen Geräten, die für Smartphones ausgelegt sind, klar, das ist natürlich teurer, das ist schwerer, aber aus meiner Sicht ist ein Riesenvorteil, dass die Kamera schon auf dem Gerät ausbalanciert wird, was offline ist. Also das heißt, die Motoren laufen noch nicht und wenn ich jetzt die Motoren hier ausschalte, das Gerät ausschalte, die Kamera ist schon in Balanzposition und deshalb haben die Motoren hier, also das sind so drei Motoren, die haben nicht so viel zu tun. Also sie haben praktisch nur die Option, dass sie die Kamera gerade halten, dass die Kamera sehr plane Bewegungen hat und das war es. Also es ist keine Belastung für Motoren, weil zum Beispiel DJI Osmo Mobile ist mir nach einiger Zeit abgeraucht, also ein Motor hat sich dann permanent erhitzt und ja, also das war dann natürlich nicht so schön. Okay, ich werde weiter damit arbeiten, schaue, wie ich das Ganze jetzt gut hinkriege, wie das Ganze abläuft, werde mit verschiedenen Objektiven testen und ihr werdet sehen, in einigen YouTube-Videos und in anderen Produktionen werden wir auf jeden Fall solche Kamerafahrten haben, dann denkt ihr daran, das habe ich mit einem Gimbal gemacht. Okay, heute gibt es keine Bildbearbeitung, kein Photoshop, das war jetzt Review für Chiyoung Crane. Vielen Dank an dieser Stelle an Enjoy Your Camera, unser Fotopartner in Hannover. Und wir sehen uns nächsten Freitag, also wir bereiten schon neue Videos vor und wer noch mehr lernen möchte, Fotografie, Bildbearbeitung in Photoshop, Bildbearbeitung in Lightroom, dann besucht bitte unser Shop. Wir haben verschiedene DVDs und Download-Videos zu allen möglichen Themen, auch Reisefotografie. Wir haben auch viele Workshops im Angebot, es ist für jeden was dabei. Also, wir sehen uns nächsten Freitag, macht's gut, grüßt alle, tschüss.